Da dachten wir doch letzten Freitag, auch hier bei Reifes Live, so Pokalfinale erreicht. Das ist alles auf einem guten Weg. Und dann diese Niederlage in Hoffenheim, eine rote Karte für den Trainer, die wir später noch thematisieren. Und vor allen Dingen dieser Auftritt bei der Pressekonferenz von Oliver Glasner. Herr Glasner, ich habe zwei Fragen. Die erste, gestern Abend gab es Steilvorlagen aus Mainz und in Leverkusen. Aber man hatte so den Eindruck, die Mannschaft hat es nicht realisiert. Nein, muss ich sofort eingreifen. Bitte, ich habe das schon oft gesagt. Hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz vorzuhören. Ich erzähle euch mal was. Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. Der hat teilweise nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry, will ich nichts mehr sagen. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. Und dann akzeptiert es mal, dass ein Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Aber hört mir auf mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Doch. Sie haben gesagt, Sie haben es nicht kapiert. Natürlich haben Sie es kapiert. Sie konnten nicht anders. Also, Herr Reif, was haben Sie gedacht, als Sie ihn so erlebt haben? Da stellt sich einer aber richtig vor, die Mannschaft. Das hat er zuweilen in der letzten Zeit, als die Ergebnisse nicht kamen, nicht immer getan. Sondern das, Zitatwörtlich, wir verkacken es hinten. Da war sehr deutliche Kritik nach außen an einem Mannschaftsteil. Das ist immer sehr, sehr riskant, sowas. Oder nicht ganz ohne. Und dann dachte ich, boah, da ist einer aber richtig an der Kante dessen, was er so ertragen kann. An dem, was da passiert mit seiner Mannschaft und mit dem, was sie abliefert. Und dann habe ich mir nochmal die Ergebnisse, weil man ist ja geflasht von Wieder-Pokalfinale. Und dann können wir nochmal die Ergebnisse nochmal angucken der letzten Wochen. Ich glaube, wie viele? Ein Sieg in zehn Spielen. Kein Sieg. Kein Sieg. Zehn Bundesligaspiele ohne Sieg. Pokale haben Sie gewonnen. Das ist natürlich der Fluch der guten Tat. Das ist in Frankfurt. Und jetzt kommen wir auch nochmal, was Hellmann dann gesagt hat. Den haben wir gleich. Auf Tasten liegen. Ja, aber ist doch klar, Sie haben überperformed, ehrlich gesagt. Diese Mannschaft hat in vielem überperformed, letzte Saison, bis Achtelfinale Champions League. Oder sie hat, gut, machen wir es nicht über. Sie haben es aber wirklich ausgereizt, bis zum letzten Körnchen sind sie durch Europa gezogen und ähnliche Dinge. Ist das eine europäische Spitzenmannschaft? Vom Kader her, von ihren Möglichkeiten her eher nein. Das heißt, aber dennoch hat doch das süß geschmeckt, was da passierte. Und dann kommt so eine Saison, die, weiß ich nicht, die eigentlich kommen muss, dass die Luft ausgeht. Die Champions League ist dann vorbei, Achtelfinale. Aber das war doch toll. Aber trotzdem ist es doch jetzt vorbei. So, dann guckst du auf die Tabelle. Mensch, jetzt haben wir mit unserem Champions League und mit allem haben wir den Anschluss so ein bisschen verpasst. Bis zu Weihnachten ging es ja noch, war ja bis Platz vier. Da haben sie komischerweise allen Gesetzen widersprechend in drei Wettbewerben Rabatz gemacht. Und da ging es. Und aber auf einmal kam so ein Durchhängen. So wirklich der Hänger nach dieser Hinrunde und vor allem nach der letzten Saison. Und dann waren die, der wieder war weggegangen und der. Und wieder haben sie es irgendwie aufgefangen. Wieder haben sie irgendwas toll gemacht. Und Colomar nie, den kein Mensch vorher kannte. Und guck mal, was hier alles läuft. So. Und dann musst du durch die Mühe in der Steppe und vergeigst da ein Spiel und da ein Spiel. Und das bringt diesen Trainer, der ein sehr ehrgeiziger Trainer ist, an die Grenze. Und in so einer Pressekonferenz über dieselbe hinaus. Und Sie haben die Reaktion angesprochen vom Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann, der passend dazu bei BILD TV am Sonntag in der Lage der Liga zugeschaltet war und auch sehr klare Worte für das Verhalten seines Trainers gefunden hat. Naja, es ist spürbar, dass er natürlich enttäuscht ist über die sportlichen Ergebnisse. Und ein Stück weit kann ich ihn verstehen. Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der, finde ich, dort seine Arbeit macht und die Frage, finde ich, auch auf eine sehr ruhige Art und Weise stellt. Und ich finde auch nicht ohne irgendeinen zynischen Unterton. Ich habe mitbekommen, dass Oliver Glasner sich gestern auch entschuldigt hat dafür. Das ist auch in Ordnung, aber wir müssen bei der großen Linie bleiben. Und es ist für mich ein Zeichen dafür, dass im Moment wir uns mehr mit uns selber beschäftigen, als mit der Aufgabe, die wir haben und die sportlichen Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und das ist eine Situation, die, glaube ich, keinen bei uns zufrieden stellt. Und ich bin ganz sicher, wenn Oliver Glasner darüber nochmal reflektiert und nachdenkt, dann weiß er, dass das weder gut noch richtig war, so zu reagieren. Also, klare Kritik vom Vorgesetzten am Trainer. Ist das überhaupt noch sinnvoll, das bis zum DFB-Pokalfinale gemeinsam durchzuziehen, wenn man den Eindruck hat, dass es doch von beiden Seiten so eine große Unzufriedenheit gibt? Ja, habe ich auch heute drüber nachgedacht. Es ist halt Pokalfinale, das haben sie aber gemeinsam geschafft. Wenn sie richtig groß denken und sehr großmütig sind, alle Beteiligten, dann werden sie es machen, weil es irgendwie sich gehört, dass man dann den einzigen und einen bemerkenswerten Erfolg dann nochmal gemeinsam zelebriert. Aber ich habe mich lange nicht so getäuscht und so daneben gelegen, wie am Freitag, als ich gesagt habe, die werden den niemals entlassen und die werden das schon alles irgendwie hinkriegen. Ich weiß ja nicht, da hatte ich mir irgendwas alles so lange schön geredet und nicht mitgekriegt, was da los ist. Denn jetzt, wenn man das nüchtern betrachtet, also das ist für mich der hundertprozentigste Trainerwechsel in der Liga im Sommer. Aber nicht wegen solcher Pressekonferenzen, sondern die sind so das, was nach außen so dann am Ende überschwappt. Ich glaube, es geht um die grundsätzliche Überlegung. Welcher Klub sind wir? Was kann die Eintracht? Sind wir ein europäischer Spitzenklub? Oliver Glasner möchte den nächsten Schritt machen, was ich gut verstehen kann. Aber die Eintracht kann ihm das nicht bieten, was er, glaube ich, unbedingt haben will. Und wenn ein Trainer dann notorisch mit dem, was da, nein, nicht an ihm aufhängen, wenn das nicht konkurrent zu kriegen ist, die Vorstellungen und Wünsche eines Trainers und die Möglichkeiten des Klubs, dann fliegt das allen um die Ohren. Und ich glaube, dass Helmann Kröscher, die handelnden Personen bei der Eintracht, Kröscher soll 20 Millionen, glaube ich, habe ich gelesen, Transferüberschuss erwirtschaften. Überschuss heißt also, wir kaufen nicht den nächsten Kolomoanyi oder irgendeinen noch dazu, sondern wir verkaufen er. Und er weiß auch, dass Kolomoanyi gehen wird und der geht weg und der Japaner geht weg und der geht weg. Und dann sagt Glasner, was ich genauso gut verstehen kann, also was und was kriegen, was, pass auf, ich habe eine folgende Liste, das könnte ich mir gut vorstellen. Dann sagt die, bist du verrückt, das können wir nicht bezahlen, wollen wir auch nicht bezahlen. So, an der Stelle ist eine Reise zu Ende. Ganz einfach, vielleicht auch undramatisch, deswegen solche Töne bräuchte es gar nicht. Sondern wenn sie erwachsene Menschen sagen, sich pass auf, lass uns das bis zum Ende der Saison hinkriegen. Lass uns gemeinsam den Pokal, das Finale genießen in Berlin. Und dann gehen wir durch die Vordertür, treffen uns vor an der Tür und verabschieden uns mit Händedruck und alles ist gut. Es gab ja noch die rote Karte für den Trainer und auch dazu einmal der Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann in der Lage der Liga. Ich glaube, eins weiß Oliver Glasner selber am besten, dass die Aktion nicht glücklich war und auch nicht geschickt. Aber das ist sicherlich nicht der Maßstab, darüber zu entscheiden, ob einer Trainer bleibt oder nicht. Ich glaube, da müssen wir auch mal die Dinge, die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine Undiszipliniertheit, von der wir uns in den letzten Wochen auch auf dem Platz und an anderer Stelle auch, dass die Meckerei, die Unkonzentriertheiten, die wir an den Tag legen, uns einige geleistet haben. Ich finde, das passt in der Summe in ein Gesamtbild. Und da müssen wir schleunigst wieder in die Spur kommen und die Dinge begradigen. Weil ich habe noch nicht erlebt, dass man Spiele durch Meckern oder Unkonzentriertheiten oder Undiszipliniertheiten gewonnen hat. Und wir dürfen auch nicht immer so tun, als ob die Teilnahmen an Pokalen und Pokalwettbewerben oder der Euroleague darüber hinwegtäuscht, dass in der Summe die Bundesliga unser Brot- und Buttergeschäft ist, wo alle fokussiert sein müssen. Und diese Fokussiertheit, ehrlicherweise ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, die vermisse ich. Und ich glaube, da müssen wir schnellstmöglich wieder in die Spur kommen. Gerade auch mit Blick auf den 3. Juni und das Pokal in Späden. Also Axel Hellmann gibt sich wirklich keine Mühe, seine Unzufriedenheit über das Verhalten und auch das sportliche Abschneiden in der Bundesliga zu verbergen. Diese rote Karte, Herr Reif, wie kann das sein, dass Glasner nicht weiß, dass er als Offizieller mit Rot bestraft wird, wenn er einen zweiten Ball auf den Platz schießt? Das ist schon unprofessionell. Ja, aber ehrlich, beschäftigt sich ein Trainer damit, was ist, wenn ich mal, weil ich glaube nicht, dass er sich mit der Idee insgesamt beschäftigt hat, beim Ball auf den Platz zu treten, im Zweiten. Und dass er das dann nicht... Aber Regelfestigkeit muss man von einem Trainer erwarten, oder? Ja, das ist aber eine sehr spezielle kleine Regel. Also daran, wie gesagt, wird es nicht scheitern. Er hat das Vertragsangebot vor ein paar Wochen nicht angenommen. Und bis jetzt eiert, fängt das an, es lief so halbwegs gerade noch, ja, wir gucken, wir reden, aber jetzt fängt es an zu eiern. Also, du willst nicht und nein, das, was du willst, können wir nicht, also wird es zu Ende sein. Axel Hellmann war die ganze Zeit im Gespräch als DFL-Chef. Auch das, die Klarheit jetzt in den Aussagen, scheint mir aber auch ein Zeichen zu sein. So, also, ich habe ja gesagt, ich bleibe bei der Eintracht und jetzt zeige ich euch mal, wie Führung geht. Jetzt muss man mal hier aber auch mal sich zeigen, nach vorne gehen und nicht alles nur Glasner sagen lassen oder befragen lassen. Und dann jetzt bin ich da. Sie haben auch genug in Ihren Vorständen. Der eine wollte zurücktreten, der andere wollte... Sie haben auch da ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Linie verloren gehabt, die sie zum Europa-League-Titel alle geführt hat, diesen Klub. Das gab es nicht zum Nulltarif. Und dann ist alles so ein bisschen, weiß ich nicht, so sehr fröhlich geworden oder unfröhlich, wie auch immer Sie wollen, geworden. Und das hilft in keinem Klub. Das hilft nicht. Ich glaube, jetzt wird man irgendwann mal klare Dinge besprechen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man sagt, pass auf, wir trennen uns nach dem Pokalfinale. Das werden wir tun, aber wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Denn das haben wir uns gegenseitig versprochen. Das haben wir auch gemeinsam erreicht. Warum müssen denn jetzt hier Scherben fliegen? Das lässt sich auch unter Erwachsenen anständig machen. Dino Topmöller ist ein Name, den wir gehört haben, der für die nachfolgende Frage käme, hätte Scham aufgrund der Vergangenheit seines Vaters mit diesem Verein. Überrascht Sie das, ein ehemaliger Trainer? Nee, der war ja nicht unterm Radar mit Nagelsmann bei den Bayern, sondern der war immer deutlich sichtbar. Und ich glaube, dass einer dann den nächsten, also immer wieder beim nächsten Schritt, der nächste Schritt ist, wäre dann schon so was wie Eintracht Frankfurt, könnte ich mir gut vorstellen.